So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen natürlich auf die Tesla Earnings, die gestern nachbörslich veröffentlicht worden sind, aber auch einen Blick werfen auf die Netflix Earnings. Tesla, nicht so gut, ganz nett formuliert. Wir sind erst initial, also wir sind gestern schon im gesamten Handelstag eigentlich abverkauft worden, als wenn jemand irgendetwas ahnte und die Earnings, die waren dann gar nicht gut. Also mich hat das wirklich überrascht, ehrlich gesprochen, im Hinblick eben sowohl auf den Gewinn pro Aktie, der unter der Erwartung reinkam, als auch der Umsatz. Und dann allerdings war ganz das Handy-Price-Action. Wir flaschten kurz tiefer und haben dann aber Aufschläge zu sehen bekommen, die uns knapp bis 2,50 zurückgeführt haben. Wir haben gestern um 2,42, glaube ich, geschlossen, war es Pimaldom. Also das waren drei, vier Prozent, die bei der Nachbörse angezogen sind. Also schien vieles eingepreist gewesen zu sein. Und dann kam der Earnings-Call und naja, er war nicht katastrophal schlecht. Also da haben wir schon anderes erlebt mit Elon Musk. Aber nichtsdestotrotz, das hat nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Das hat nicht überzeugen können. Und die Strafe folgte auf dem Fuß. Die Aktie ist dann gestern nachbörslich bei 2,32 aus dem Handel gegangen, unter der Support-Region von 2,40, 2,42, die ich übergeordnet gestern hier auch skizziert hatte. Und infolgedessen eben heute die Vorgaben ganz klar bearish, auch weil das übergeordnete Marktumfeld in Form der Qs beispielsweise, des Technologie-Index, beziehungsweise des ETFs auf den Technologie-Index, NASDAQ 100 oder auch des SPIDER, dem S&P 500 ETF, sich eher weiter skeptisch und bearish darstellen. Auch der DAX ist ja unter Druck geraten. Kommt gerade ein bisschen solide rein. Mal gucken, also wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Tesla-Earnings. Wir werden auch einen Blick werfen, aber dennoch auf die Netflix-Earnings. Die haben nämlich auf der Kehrseite mega überzeugen können. 12% plus Aufschläge an dieser Stelle und Retest, der 400-Dollar-Marke, scheint da zumindest am heutigen Handelstag durchaus im Bereich des Möglichen und realistisch. Aber bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Deviso und Safety sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellen immer bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Teste dann risikofrei, schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, verständliche Risikoweise auf xdb.com.de. Auch gerne die Möglichkeit nutzen, den Kundensupport hier im Berliner Büro von Xdb zu kontaktieren. Die Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse folgt gleich. Zunächst in einer Sache, der Hinweis bitte nichts in den Folgenminuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein edukatives, rein informatives Event, bei dem ich mir über die Schulter schauen lasse, wo ihr gerne eure Fragen stellen könnt in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Aber bitte nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse von xdb. Wie gesagt, gerne börsentäglich Kontakt aufnehmen mit Fragen, die ich unter den Nägeln brenne. Hier einmal der Grund, warum xdb als bester CFD-Broker des Jahres oder von Brokerwahl dieses Jahr ausgezeichnet worden ist. Also die Gründe, die dazu geführt haben, einmal hier aufgelistet und ein Grund mit Sicherheit die X-Station, in die wir auch jetzt einen Blick werfen wollen und wo wir hier einmal den Tesla-Chart auf Tagesbasis haben und wo ich gleich sofort einsteigen möchte, erstmal in die Chart-Technik, bevor wir dann kurz in die Earnings gehen und das, was wir gestern dort präsentiert bekommen haben. Also wir haben dieses Dreieck hier klar erkennen können, auf Tagesbasis, was wir zum Thema gemacht haben, wo die Möglichkeit bestand, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite auszubrechen. Ich als Tesla-Investor, ich sehe den Ausbruch natürlich eher favorisiert auf der Oberseite, hätte gestern an dieser Stelle gesagt gehabt, Chance 70-30 würde ich sagen, dass wir den Break auf der Oberseite zu sehen bekommen. Jetzt ist es der Break auf der Unterseite geworden und wir sind eben auch hier, weil das nur die Kasse einfängt, jetzt in Gefilden um 232, was übergeordnet, ich will das mal ganz kurz hier zweckentfremden, dazu führt, dass wir diese Aufwärtstrendlinie, die sich über das Jahr 2023 bis jetzt etabliert hat, eben ungefähr laufen. Das heißt also, wir sind hier im übertragenen Sinne, jetzt in einem Schlüsselbereich, wo die Frage reinkommen wird, sehen wir hier nochmal Käufer gegen das Level reinkommen. Falls nicht, ist nicht auszuschließen, dass Tesla vor einem Retest seiner 200-Tage-Linie steht, also die dreht auf, die curret ab, das ist bullisch übergeordnet, ja, aber nochmal, die Earnings summa summarum, die haben wir halt jetzt nicht wirklich überzeugen können. Retest hieße dann an dieser Stelle gefilte 205, 210 eventuell, die wir hier anlaufen könnten auf der Unterseite und das einfach als Orientierung für kurzfristige Shorts. Und wie gesagt, kurzzeitig der Modus definitiv eingetrübt. Ich will das auch ganz kurz einmal hier zeigen. Ich habe hier zwar schon die Earnings vorbereitet, aber wir gehen mal ganz kurz in die After aus, damit wir eine Einschätzung haben. Vergleich Netflix, wo wir gleich nochmal drauf schauen, 4 Millionen Stücke, 4,3 Millionen Stücke mit 12,5% aufwärts. Während Tesla hier zwar nicht die schlimmsten Abschläge sieht, da gab es noch ein paar andere Kandidaten, so aus dem Penny-Stock-Bereich, naja, Penny-Stock-Bereich ist es jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz mit minus 4,2% nachbörslich, 2,32, 16 Millionen Stücke gehandelt. Und diese 2,32, auf die ich gerade verwiesen habe, wie gesagt, die wurde nicht sofort auf die Earnings angelaufen, aber dann durch den Earnings-Call. Gehen wir ganz kurz durch die Earnings. Was ist berichtet worden? Gewinn pro Aktie, EPS, bereinigt, 66 Cent gegen 73 Cent erwartet. Das hat mich schon mal erstmal negativ überrascht, weil ich dachte, dass wir im Großteil nicht nur eingepreist haben, sondern auch ausgehend hier von den Estimates seitens der Wall Street sich widerspiegeln sehen, die ja bei 73 Cent schon relativ niedrig lag und wo ich mir dachte, der Bereich Tesla Energy ganz besonders, der wird eventuell hier seinen Beitrag leisten, da für eine Überraschung zu sorgen an dieser Stelle. Das ist nicht der Fall gewesen. 66 Cent, wie gesagt, deutlich unter der Erwartung. Darüber hinausgehend die Sales, also Umsätze an dieser Stelle, 23,35 Milliarden gegen 24,38 Milliarden erwartet, auch unter der Erwartung. Ich hatte 24,5 ungefähr auf dem Schirm für mich. Auch da, vor dem Hintergrund der Deliveries, eigentlich keine große Überraschung, aber dennoch dachte ich, dass das größtenteils eingepreist ist, wie auch offensichtlich ein Großteil der Marktteilnehmer. Dann etwas, naja, schlimm ist anders, auch das kann erwartet werden. Automotive Gross Margin 17,9%, Estimate liegt bei 18% oder lag bei 18%, das ist die Brutto-Gewinn-Marge im Automobilbereich. Immer noch solide, vor allem nach diesen aggressiven Price Cuts, die Tesla seit Jahresbeginn auf den Weg gebracht hat. Nichtsdestotrotz, was eben dann auch so ein bisschen, ja, Stirnrunzeln nach sich zog, mit Sicherheit, war das operative Einkommen, 1,8 Milliarden im dritten Quartal, 7,6% operative Gewinn-Marge. Geht besser, ja, ist man auch anderes von Tesla gewöhnt. Was dann sicherlich positiv war, war die Ankündigung, Cybertruck Delivery soll später in diesem Jahr stattfinden. Also später in diesem Jahr bedeutet dann, ab Ende November soll hier der Cybertruck eben ausgeliefert werden, ab Austin, Texas. So, und das war summa summarum erstmal eine Reaktion. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, in der Nachbörse einmal, die sich ja hier in der X-Station nicht anzeigen lässt, weil das eben der reine Kassehandel ist, aber bei TradingView haben wir eben hier den Überblick. Wir sehen initialen Flasch tiefer und dann aber eine Bullishness, die darauf stattfindet. Und wir haben relativ gut auch halten können, ehrlich gesagt, im Bereich um 2,45, gestern um 2,42, nach diesen Abschlägen über den gesamten Tag, als wenn jemand was geahnt hat, eben haben wir relativ solide halten können und dann mit dem Earnings Call, da sieht man hier das Volumen reinkommen, ab halb elf, Entschuldigung, halb zwölf ist es, mitteleuropäischer Sommerzeit, starker Abgabedruck. Was war der Grund? Naja, weil das, was gesagt wurde, war wenig visionär oder wenig wirklich das Positive herausstellen, sondern sich sehr auf Negatives fokussieren. Also Musk zum Beispiel, der im Earnings Call anwesend war, verwies darauf, dass es immer noch ein stark negatives konjunkturelles Umfeld gibt, Rezessionssorgen und dergleichen, hohe Zinsen, die belasten eben den Absatz an dieser Stelle, sorgen dafür, dass eben nicht ausreichend Teslas abgenommen werden. Klar, die Nachfrage ist da, das steht außer Frage, aber nichtsdestotrotz, du erreichst einfach ein breiteres Publikum, logischerweise an der Stelle, wenn du in der Lage bist, durch niedrigere Zinsen eben auch Leute, die sich eigentlich keinen Tesla leisten könnten, dazu zu motivieren, das Geld via Kredit aufzunehmen, um sich einen Tesla zu kaufen. Dann verwies er im Hinblick eben auf beispielsweise die Cybertruck-Deliveries darauf, dass man dann erwartet, ab 2025 damit Geld zu verdienen, ja, bis dahin ist das immer Cashburn. Das ist auch ein Fokus an der Stelle, ein nachvollziehbar ja, natürlich musst du skalieren und dergleichen, um die Stückkosten runterzubekommen, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du dann hören willst. Und darüber hinausgehend, wie gesagt, überhaupt kein Fokus auf die unfassbar fundamentale Lage, in der sich Tesla befindet, also nur, dass wir uns verstehen, rein investmenttechnisch ist Tesla weiterhin ein absoluter, muss ein absoluter Darling sein, ehrlich gesprochen. Warum? Die sitzen auf 26,1 Milliarden US-Dollar in Cash, was aus dem Earnings-Release jetzt hervorgegangen ist, haben dazu keine Schulden, anders als andere Autobauer und da nehmen wir das Who is Who, also sei es in den USA, Ford, General Motors oder da nehmen wir auch von mir aus hier die europäischen Pendants wie Volkswagen oder dergleichen. Tesla hat da eine unfassbar starke Position, aber wie gesagt, man fokussiert sich eben dann an dieser Stelle eher auf die negativen Aspekte und die machen sich dann im Earnings-Call entsprechend bemerkbar mit einem Double-Miss in Anführungsstrichen, Upside-Downside-Miss und dann hast du einfach in der Konstellation eher ein Shortcase. Auch für den heutigen Handelstag, wie gesagt, die Linie im Sand dürfte die 2,40 sein, halten wir drunter, gehe ich davon aus, dass wir sehr, sehr realistisch mit einem Bruch dieser Trendlinie uns konfrontiert sehen und Abschlägen bis in Richtung der 200-Tage-Linie, besonders wenn der übergeordnete Markt sich weiter schwach präsentiert. Noch final ganz schnell einen Blick auf Netflix, da sah die Kiste ganz anders aus. Wir haben einen Bruch zwar dieser Trendlinie gesehen, nachdem wir ja einen sehr, sehr starken Trend ab Mitte letzten Jahres hier etabliert haben, sind dann ein bisschen arg steil gegangen in den Sommer hinein, seitdem im projektiven Modus. Aber, was wir eben zu sehen bekommen haben bei Netflix, war gestern ein richtig, richtig starken Print im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie, als auch im Hinblick auf den Revenue und besonders das Kerngeschäft, die Q3, Streaming Paid Net Change, also das heißt, diejenigen, welche das Kerngeschäft für den Streaming-Dienst bezahlen, sind mit 8,76 Millionen plus ausgewiesen worden, gegen 6,2 Millionen erwartet, also deutlich über der Erwartung und folglich, wir haben gerade gesehen, hier nachbörslich 12% im Plus, hier ist der Fokus wahrscheinlich so die 3,85, vielleicht ein Stück weit tiefer, 3,83, 3,80 eventuell, vielleicht flaschen wir in diese Refill, das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir mit den europäischen Indizes jetzt reinkommen, beziehungsweise wie sich dann die US-amerikanischen Indizes präsentieren, halten wir aber diese Region, gehen wir zurück durch die Eröffnung, Volumengewicht der Durchschnittspreise, sehe ich in Netflix eine realistische Chance eines Tests der 400-Dollar-Region, eventuell als Momento-Play auf der Long-Seite interessant, anders als Tester, eher auf der Short-Seite interessant und ja, soweit wäre es das meinerseits erstmal gewesen, happy trading, passt auf die Stops drauf und wir hören uns morgen zum Wochenschluss hier, zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB, ich freue mich drauf, habt euch wohl, bis dann und tschüss.